Alter! Lonex! Ich heiße euch herzlich willkommen in einem neuen Hintergrund, den wir schon mal gesehen haben, und zwar da! Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal! So, und heute haben wir uns mal überlegt, mal vor der Kamera ein paar Witze zu erzählen, weil jemand mal, die Kommandarein geschrieben hat, er hat gefragt, wo der Erzähler ist, und ein anderer hat darauf geantwortet, es wäre ja gut! Aber egal, dann fange ich auch gleich schon mal an mit dem ersten Witz! So, Papi, wo liegt Albanien? Da musst du Mama fragen, die räumt hier immer alles auf! Nein! Okay, der ist wirklich gut! Lutschen bis das Weiße kommt! Kinderriegel! Der ist scheiß alt! Den kennt doch echt jeder! Ein Ballon zum anderen! Ich hab Platzangst! Oh nein! Oh nein! Also, der ist auch gut! Der basiert aber auch auf einem Witz, den eigentlich auch jeder kennen sollte! Letzte Worte einer gefährlichen Giftschlange! So ein Mist! Jetzt hab ich mir selber auf die Zunge gebissen! Jetzt müssen wir- Jetzt müssen ein paar Leute wirklich überlegen, oder? Du auch! Verstehst du nicht? Das ist so ein T-Witz, den müsst ihr euch ziehen! Egal! Mann zum Bäcker! Ich hätte gern 19 Brötchen! Bäcker, nehmen sie doch 20! Mann, warum Bäcker? Dann haben sie eins mehr! Boah, der kann rechnen! Also, ne! Nein, gefällt mir! Ja, auf jeden Fall! Das hätte ich jetzt nicht kapiert! Also, das hätte ich jetzt nicht kapiert! Ne! Okay, dann mal los! Treffen sich zwei Schwule! Einer kommt mit seiner Freundin! Folgt ein Mann auf dem Wochenmarkt zwei Pfund Tomaten! Er bietet der Händler! Das heißt jetzt ein Kilo! Staunt der Mann! Ach was! Nicht mehr Tomaten? Oh mein Gott! Ich soll mir die Dinger echt vorher mal durchlesen! Kommen Sie zu uns in den Jägerverein! Lernen Sie schießen! Treffen Sie neue Freunde! Oh mein Gott! Ach, jetzt habe ich noch kapiert! Oh Gott! Mein Gott! Dein gestelltes Lachen ist so lustig! Auf Spaß wurde Ernst! Ernst ist jetzt neun Jahre alt! Ich kenne ihn auch, aber ich bin einfach richtig geil! So geil! Kommt ein Mann zum Flasche! Sag dem Metzger! Ich hätte gerne ein Stück Stiere! Oh denn! Der erwidert! Ich auch! Nooo! Koffe Hedet! So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben! Abonniert diesen Channel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt! Vielleicht seid ihr auch nicht mehr in der Lage dazu, weil ihr vielleicht vor Lachen vielleicht schon auf dem Boden liegt, aber das glaube ich ja eher nicht, weil so witzig waren die Witze jetzt auch nochmal nicht! Auf jeden Fall! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!